Die Frau lässt sich nichts ahnen von dem kleinen süßen Affen besteigen, doch der hat einen bösen Hintergedanken. Scheinbar möchten die weiblichen Äffchen nichts von dem Tier wissen, so beschließt er kurzerhand einfach sich an dem Mädchen zu vergreifen. Er zieht verdächtig kräftig an ihrem Oberteil, die lässt sich aber nicht so einfach von dem Affen verführen. Schnell sucht der Waldbewohner wieder das Weite, da muss er sich wohl oder übel ein anderes Opfer suchen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017